Liebe Thun-Fans, morgen feiern wir hier in der Stockholm-Arena, schon zum vierten Mal, die FC Thun-Night. Die Beiliege jetzt schon ab 30 Franken. Wenn du ein Saisonabit hast, kostet es sogar nur 20 Franken. Wir Spieler servieren Essen und zapfen Bier und geben Autogramm und machen Fotos mit euch. Und ich und ich singe ein Lied. Dazu gibt es Musik von Regionale Naxe und der Riesentombola mit Preisen im Gesamtwert von 50'000 Franken. Feierabend mit uns und komm ab. FC Thun-Night-Zer-Dusig-O-Achzen!